Hallo, ich bin der Jürgen und mein echt sinnlichste, geilste Wunsch wäre Hausrunning in New York. Von einem Balkenkratzer einfach frontal runter auf die Ebene, das muss auch drinnen liegen geben, das muss einfach geil sein. Das wäre echt ein starker Wunsch. Tun Sie meine Damen, es wäre cool, wenn Sie gewinnen können. Merci.